Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Sommer-Bash-Event. Und ja, ihr seht schon, es gibt einen coolen neuen Skin. Nein, das ist kein Mod. Ich spiele hier auf der Xbox. Man kann schon immer, wenn man immer wollte, mal ein T-Rex werden. Das ist der neue Körper-Skin. Ich muss sagen, ich habe mit sowas wirklich gerechnet und gehofft, nachdem ist er diesen mutierten Skin von Genesis, was den ganzen Körper beeinflusst, habe ich gehofft, sie bringen so Art Skins jetzt auch an anderen Events. Ich denke mal, Weihnachten werden wir zum Weihnachtsmann werden. Ostern zum Osterhasen, Leute. Wir werden in Zukunft mehr solche abgefahrenen und coolen Skins. Kindsum irgendwie finde ich es cool, wie ihr sich im Spiel spielen lässt, ob er beim Fliegen nervt, das müssen wir noch testen, weil er halt auch relativ groß natürlich ist. Könnt ihr mal Feedback in die Kommentare schreiben, wenn ihr ihn benutzt habt, wie er sich so für euch im Spielen anfühlt. So, ich möchte aber auch nochmal nicht nur das zeigen, sondern ich möchte auch die neuen Chibis zeigen. Ich möchte euch noch ein paar andere coole Skins zeigen, wie zum Beispiel, gehen wir mal auf die Skins hier ein. Da haben wir hier, wenn man es ein bisschen auch cool machen möchte, direkt mit Sonnenbrille, Hawaii-Hemd, Badehose. Also Sommerberg-Event hat eigentlich die für mich persönlich optisch coolsten Skins. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Es gibt fünf neue Chibis, Leute. Ich habe aber nur vier vorbereiten können, weil irgendwie auch immer der Astrodelphys, ich den Cheat dazu nicht finde, es gibt noch keinen, aber alles durchprobiert mit Space Dolphin, Astrodolphin, Astrodelphys, es ist alles probiert und irgendwie geht er noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe leider ingame auch keinen ziehen können. Wird nochmal in dem Update-Video zum Chibi kommen. Ich werde nochmal ein Video, wo ich auf die Chibis nochmal eingehe und da wird auch nochmal der Astrodelphys nochmal gezeigt. So, ich würde sagen, wir starten mal mit jedem Chibi einmal durch. Wir haben jetzt hier einmal den Voidwürden. Da seht ihr ihn schon und, oh Leute, ich sehe sie gerade zum ersten Mal. Also ich habe mir sie vorher noch nicht angeguckt, die Chibis. Ähm, doch, der Voidwürden ist geil. Doch, das ist wie so ein kleiner Voidwürden, also wie ein kleiner Weiber natürlich vom Style natürlich. Aber der ist schon cool. Also, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, Leute, welchen Chibi findet ihr am besten? Also, der ist für mich schon sehr, sehr gut dran. Hier haben wir den, ähm, Otter mit Hut. Da, ich versuche mal irgendwie den vielleicht ein bisschen besser. Das ist gar nicht so leicht, den zu zeigen. Ja doch, so sieht man es eigentlich ganz gut. Also der Otter einfach mal dem Sonnenhut, oh Moment, wenn man in die, wenn man in Eco-Perspektive in den Boden geht, sieht man seine Sonnenbrille. Also, wir haben noch ein kleiner Bug-Valkart, muss gefixt werden. Also Otter mit Hut ist irgendwie ganz süß, aber wir hatten ja schon Otter Bonehead, also in anderen Hüten finde ich jetzt nicht unbedingt was super Innovatives Neues, deswegen finde ich es nicht ganz so toll. So, dann haben wir den Mewwing und auch der ist eigentlich ganz süß. Ist ein bisschen klein, aber er ist süß, muss man sagen. Also, gibt hässlichere Chibis, sagen wir es mal so. So, jetzt haben wir noch den letzten, den ich euch zeigen kann. Das ist der beste Dodo, den es jemals im Spiel gab. Ich wünsche mir, die laufen offiziell so rum, weil, jetzt mal ganz ehrlich Leute, irgendwo hat der was. Also, den würde ich mir sogar wirklich als Nicht-Dodo-Fan in die Base stellen. Wenn es den groß gibt, würde ich mir ausstopfen, irgendwie als meine Eingänge. Wie er schon da steht. So, das ist einfach so, das ist die Coolness in Person. Wenn man eine Sonnenbrille nicht da oben bei Gude wäre, das ist ein geiles Thumbnail, dann könnte man ihn nämlich richtig cool so. Also, der ist cool. Der Dodo, der Dodo mit Sonnenbrille ist auch cool. So, das war's so von den Items. Ich zeig euch mal ganz kurz, wie man diese alle bekommt. Ich muss nur diese Sonnenbrille, seht ihr da oben? Ach, die Sonnenbrille, die nervt. Ich ziehe jetzt mal lieber den. Ich ja gut an. Ah, nee, diesen Kopf. Ja, wir behalten trotzdem die Sonnenbrille. Obwohl ich die Sonnenbrille gar nicht anhabe, behalte ich die Sonnenbrille. Das ist auch gerade ein Bug. Testen wir mal gerade, Leute. Ziehe ich mal den an. Ja, also die Sonnenbrille buggt anscheinend rum. Man muss höchstwahrscheinlich einmal re-loggen, nachdem man die Sonnenbrille abgezogen hat, um sie wirklich komplett zu resetten. Okay, gut zu wissen, müssen wir das. Das ist schon mal gut zu wissen. So, jetzt bin ich so schlau gewesen und hab mein Kram da oben hingebaut. Ich komm da so gar nicht hoch. Doch, geht. So, also Leute, wie ihr macht hier die Event-Items? Ihr geht an einen Kochtopf. Am Kochtopf müsst ihr den Ordner Event haben. Das ist ganz wichtig. Hat ihr diesen Ordner Event nicht, ist irgendwas bei euch falsch. Ist auf dem Server nicht richtig eingestellt, im Singleplayer nicht aktiviert. Wohl, ich spiele gerade im Singleplayer, also da müsst ihr eigentlich gehen. Auf jeden Fall liegt dort den Ordner Events und hier seht ihr alle Items, die es gibt. So, alle neuen Event-Items, wie hier auch zum Beispiel zufälliger Chibi. Und da haben wir alle Sachen. Da haben wir die ganzen neuen Items drin. Wir haben die Sonnenbrillen hier zum Beispiel drin. Wir haben das Rex-Kostüm. Die ganzen Emotes, die wir hier neu bekommen haben. Die sind auch nochmal, wo waren sie? Hier haben wir die Emotes, war gerade drauf. Wir haben die neuen Emotes. Also alle diese neuen, oder generell alle Items crafted ihr und ihr braucht dafür meistens Fleisch. Also Filet haben wir hier. Dann haben wir, hier ist geräuchertes Fleisch. Beim Chibi ist auch geräuchertes Fleisch. Hier haben wir auch Filet. Dann gibt es, glaube ich, auch das Gekochte. Genau, hier ist Cooked. Also im Endeffekt müsst ihr nicht keine Ressource farmen, wie jetzt beim Osterevent oder wie beim Weihnachtsevent. Sondern ihr könnt einfach die Sachen im Kochtopf mit Fleisch herstellen. So vielleicht nach dem Motto, so hey, wir machen halt zum Sommerevent unser eigenes Barbecue. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Skips mit Fleisch herstellt. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, im Video hat man Seesterne gesehen. Ich habe irgendwie gehofft, dass man vielleicht Seesterne farmen kann. Und damit dann... Jo, da war eine Level 126 Kronik, die mich mal so getötet hat. Sehr gut. Also Leute, in dem Video gibt es so eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich werde nochmal, wie gesagt, zu... Achso doch, warte, ich switch nochmal auf die Farben, die im Event rumlaufen. Warte, ich mache ganz kurz einen Switch an den Computer. So, wir sind auf der Internetseite des Events. Hier nochmal ganz kurz für die Office-Spieler, die Veränderung der Raten, für die Small-Tribe-Spieler, für die Arc-Pocalypse-Server. Ihr seht nochmal die ganzen Anpassungen, die während des Events jetzt sind. Also die ganzen Multiplikationen. Und hier sind die Farben, die jetzt wild rumlaufen, neu. Also Dino, Dark, Blue, Red, White. Das heißt Dino, Light, Blue, Dark, Red, Blue, Light, Green, Cream, Carmo, Orange, Medium, Teal, Dark, Blue, Lemon, Lime. Oh, das liebe ich die Farbe. Beach und Coral. Das sind die Farben, die neu sind. Also die man im Event bekommen kann. Dann haben wir das Candy, was halt wie immer euren Dino eine andere Farbe gibt. Und das Tempo erhöht. Hier haben wir nochmal alle Eichels auf einen Blick. Und wie gesagt, die neuen 5 Chibis. Da ist nochmal der Astro-Delphys aufgelistet. Kommen, wie gesagt, nochmal in einem separaten Video. Ich finde es immer noch schade, dass wir nicht diese Sternchen bekommen haben. Aber na gut. Dann würde ich sagen, Leute. Das war es vom allgemeinen Video zum Sommer Bärche Event 2021. Wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ich irgendwas vergessen habe, was war euch immer noch cool hinzugepatcht worden ist, schreibt es in die Kommentare. Zusammen werden wir dieses Video komplett machen. Wir sehen uns. Bis denne. Ich weiß, das war's, aber bleib beim Start. Zocken wir noch ne Runde Survival-Arc. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates in News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem mein Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Untertitelung des ZDF, 2020